Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Nach dem starken Anstieg in diesem Jahr soll es beim Bürgergeld 2025 eine Nullrunde geben. Das sagte Innenminister Hubertus Heil auf den Sendern RTL und NTV, berichtet die Deutsche Presseagentur. Bei hoher Inflation müssten auch die Regelsätze entsprechend angepasst werden. Nun sei die Teuerungsrate aber kräftig gesunken. Deshalb sei der Rechtsmechanismus so, dass es Anfang 2025 keine Erhöhung beim Bürgergeld geben werde. In Not geratene Menschen müsse geholfen werden. Klar sei aber auch, dass es dabei ums Existenzminimum gehe. Nachgeschärft werden soll auch bei den Sanktionen gegen Jobverweigerer. Es gebe Mitwirkungspflichten, sagte Heil. Er wolle auch ein Zeichen gegen Sozialmissbrauch stellen, sagte Heil. So müsste es für Schwarzarbeit trotz Leistungsbezug harte Sanktionen geben. Der Minister kündigte auch einen verbesserten Datenaustausch zwischen den Jobcentern und der Schwarzarbeitskontrolle des Zolls an. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.